Am Sonntag ist es soweit. Deutschland wählt den Bundestag. Rund 15.600 wahlberechtigte Sylter inbegriffen. Die Wahllokale sind am 22. September von 8 bis 18 Uhr geöffnet. Danach können Hochrechnungen und Wahlergebnisse auf zwei Wahlpartys verfolgt werden. Um 17.45 Uhr öffnet das Morsum-Hüß in Morsum seine Pforten. Ab 19.30 Uhr lädt die Spielbank zur Wahlparty. Hier bekommt jeder Gast einen Jetant. Den er ganz nach Lust und Laune oder nach politischer Vorliebe im Spiel setzen kann. Egal wo Sie den Wahlsonntag ausklingen lassen, gehen Sie wählen, denn jede Stimme zählt.